Guten Tag! Und willkommen zurück zu King's The Quest. So, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben. Ich hab gar keine Ahnung mehr, was wir jetzt gemacht haben. Naja, wir haben hier die Laterne bekommen. Wir haben Whisper Can Do It zum Duell rausgefordert. Hm. Äh, was wir jetzt bräuchten, wär irgendwie ein Goldcoin. Hm. Das wär, glaub ich, jetzt das aller allerbeste, wenn wir das finden könnten. Aber irgendwie ist das Schicksal nicht so mit uns zu freeen, merk ich. Naja, vielleicht finden wir hier nochmal was. Wir gucken einfach mal. Gut, als ihr nicht hört, was ich vor der Aufnahme mache. Ich bin ziemlich verlegt. Whisper Can Do It. Oh, darum muss ich jetzt jedes Mal decken. Das hört sich so lustig an. Vielleicht können wir jetzt hier rein. Wahrscheinlich sind da keine Wölfe mehr drin. Das war klar. Oh, jetzt sind doch wieder Wölfe da. Hol ich meine Lampe raus. Damn, son. Okay. Wir gehen mal weiter hier runter. Ha, ha, da. Da war ein Hund. Wolf. Kann ich da rein? Ich seh sein Schwänzchen noch, oder? Ne, ist nur ein Schatten. Na gut. Ah, Gott im Himmel. Wolf. Hör auf mich zu erschrecken. Ich glaube, es sagt. Okay, der hat mich jetzt nicht erschrocken. Das habe ich erwartet, weil ich bin cool. Ich muss sagen, die Höhle kenne ich nicht. Wo führt mich die hin? Hm, vielleicht ist es einfach nur eine Abkürzung. Nein, warte. Wo zur Hölle bin ich? Zufälligerweise kenne ich das hier nicht aus dem Let's Play. Nein, ich würde mich nicht erschrocken. Ich würde mich nicht mehr her. Aber ich würde mich nicht mehr essen. Ich würde mich nicht mehr sehen. Also ja, ich würde mich nicht mehr so fühlen. Nein. Was ist? Ich bin wieder da. Schon wieder? Ja. Boah, das war echt. Das war nach Kälter oder Kälter. Ja. Okay. Hier war ich echt noch nie. What the fuck? Also das kenne ich auch. Ich habe ja, wie schon gesagt, ich habe schon den Anfang vom Let's Play geschaut und darum ist es eigentlich nicht mehr so viel Spaß, das zu spielen. Aber ich werde das Let's Play natürlich dann nicht weiter schauen. Aber... Bizarre Höhle wurden in den Forrestflogen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die im Let's Play hier waren. Where am I? Where do these holes leaden? Ne, da frage ich mich auch, gell? Komische Dinger. Ein Goldcoin! Echt mal? Ah, kam gut das Geräusch raus. Ah, doch! Okay, da war ich vorhin mal bei der Folge nicht dabei. Weil, ähm... Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, okay. Gut, 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 gut. Ich habe nicht gewusst, dass die da lang gelaufen sind. Die zwei so Tätschen da drüben. Das ist echt super. Was höre ich denn da? Ist das etwa? Triumph? Wie kamst du da drüben? Oh nein, Triumph. Whisper kann das tun. Triumph, Stomach. Sieht, dass er ihn in die Probleme hat. Ich hätte einen Weg finden, um ihn runterzuholen. Ich glaube, ich weiß, wie wir einen Daumen kriegen. Ich will jetzt bloß mal kurz was ausprobieren. Das ging mit dem hier, glaube ich, nicht. Okay, es ging mit dem hier nicht. Schade. Gut, ich habe mein Goldcoin wieder. Ups, das war nicht das, was ich machen wollte. Da ist es. Na gut, es kommt, ich rette es, mein kleiner Freund. Yes. Das ist, das ist, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe. Was, was, was? Gut, Englisch. Ich werde schon wieder da lang. Ich habe nichts Besseres zu tun. Au, Bäume. Scheiße. Ich weiß, der Baum ist so dick wie ich. Aber ich kann nicht umrennen. Und das, meine lieben Freunde, ist ein, ähm, äh, ich habe vergessen, wie man den Waldtypen nennt. Ein Waldtyp, der nur einen Baumtypen beinhaltet. Ein Mono, Mono, Monobaum. Poli ist Meer, Mono ist Einzahl. Ja, ich glaube, Mono. Monobaum, Mono, Wald, Mono. Können wir über diese Partie? Too much walking, not enough dragons. Yes. Too story. Und weg draußen. Sehr gut. Okay, jetzt höre ich den sogar von hier. Gut, da wir jetzt unseren Goldcoin haben, können wir uns mal unseren Kuchen abholen und den Alfie geben. Sehr gut. War doch eine gute Idee, dass ich die Hülle langgehe. Ja, das Walking ist doch ein bisschen nervig. So eine Schnellreise wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Aber dann war meint. Okay, er hat bisher jedes Mal was anderes gesagt. Ich finde es so awesome. Boah, das Leder war lange. Hilfe, habe ich das Spiel kaputt gemeint? Ah, nein, doch nicht. Da waren wahrscheinlich zu viele Schlösser dran. Ja, das ist mein Team. Okay, ich bin sorry. Ja, das ist schon voll. Ja, gut, würde ich mal sagen. Hier ist mein Coin. Oh, danke für die Patronage. Share this Pie with a friend or two. Oh mein Gott. Passt das da rein? Ja, tut's. Na, Moment. Der hat einen coolen Schnurrbart. Ich glaube, so lange lasse ich mir aufwachsen. Oh Gott. So, Graham. Auf geht's. Wir bringen Alfie den Kuchen. Mmh. Yummy. Ähm, ja, jetzt wo lang? Ich glaube, rechts. Zwei, drei, vier. Dum-duddel-dum-dum-dum-dum-dum. Hallo, Herr König. Also, Herr Statuerkönig. Hallo, Herr Ritter. Oder Soldier. Hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, hoch war es, oder? Ja, da ist er ja. Ich sehe schon seinen Arm. Hi, Alfie. Wanna eat that beautiful cake? A giant pie. Mmh. Oh. Oh. Yeah. Oh, mein Gott. Ähm, ich glaube, die Schale... Ach, egal. Ja. Thanks for the momentary lapse in conversation, Alfie was unquestionably hangry. Hangry? Now that I'm refurbished, I'll allow you to cross. Though a quick-footed peacock already got to that snarling Snarlax. Oh, I almost forgot. Lucy, for your act of kindness, Alfie would like you to have this. Oh. Whenever you need me, just give it a blow. Okay, okay. So, da, ne. Step live, Alfie needs to get back to the guild meeting. It's almost croissant time. Ja, ja, klar, mach ich. So, da, ne. Wo gehen wir lang? Wir gehen erstmal gerade aus. Wo geht's denn dahin? Dum, dum, dum. Ah, ah. Okay. Unsere Laterne. Und schwupp, die Wopp. Sind sie alle weg. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Oh. Hey, was denn das? Work Order. Moins. Was? Oh, da hängt ein Zettel. Der ist bestimmt nicht wichtig. Ich nehme ihn mal weg. So, wo führt mich der Weg hin? Oh, guck mal. Äh, kann ich da lang? Ja, scheinbar. Okay, hier kann ich nicht lang. Nevermind. Ich habe nämlich nicht das Blaststück. Hier, 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 hier. Kann ich da lang? Oh, ja, kann ich. Huh. Where am I? Oh. Achtung. Oh, guck mal, da ist Alfie. Vielleicht kann ich jemanden zu der Gespräch und hören, das Passwort. Schön, dass du uns endlich mit uns zusammengekommen hast, Alfie. Merci. Ophie entschuldigt für die Tardiness. Ich, äh, war, äh, hey, where are the croissants? Eicht mal. Oh, mein Gott. Hach. Are we here to discuss Radelalala? Are we here to eat Crescent? Au, ich bin einfach runtergefahren. Ups. Okay, die Fallanimation hätten sie ein bisschen schöner machen können. Ups. So, lala. Und runter hier und runter und runter. So. Sieht schön aus. So easily tricked. Okay, hier können wir hoch. Und was macht die Leiter hier? Echt mal. Ja, ja, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Hört gar nicht mehr auf. Hö, hö. Okay, sehr gut. Shortcut. Shortcut. Brilliant. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt da rüber. Ah, guck mal, unser Goldcoin. Hey, mein Coin. Hey, mein Coin. Yay. We got our Goldcoin back. So, dale. Wir blasen jetzt hier erst mal das Instrument. Und zwar mit dem Blasting hier. Und da ist Orphi. Hi, Orphi. Ja, klar, verständlich. So, jetzt gehen wir nicht darüber, weil wir unseren Shortcut haben. Können wir einfach da runter. Ja, ich weiß. So, jetzt glittern wir nämlich hier runter. Und jetzt ganz schnell. Ach, jetzt macht dich nicht so lächerlich. Oh, oh, hier. Hinter den Felsen. Hi, Orphi. Knock. Bring. Bring. Knock. Okay. Okay. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Okay, gut. Das hat jetzt gespeichert. Das heißt, beim nächsten Mal sollte ich mich eigentlich noch dran erinnern. Das ist zwar eine kürzere Folge, aber bevor ich jetzt das mache, ist es wieder eine längere Folge. Und darauf habe ich keinen Bock. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Übrigens, die Folge hier ist ziemlich im Voraus aufgenommen. Also, bei mir ist gerade 22. September. Und bei euch eine Woche später? Vielleicht zehn Tage später? Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie viele Videos ich aufnehme. Boah, sei mal ruhig. Oh Gott, ey, die regt mich auf. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei King's Quest. Bis dann. Tschüss. Oh, lol. Ich habe gefehlt. Tschüss. Tschüss.